Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, hier können sich sehr viele mit identifizieren, weil man, wenn man anfängt, den Weg geht, vielleicht nicht direkt jemanden an der Hand hat, der das schon mal gemacht hat und dann befindet man sich schon in dieser Situation. Ja klar. Wie kann ich da den Schritt gehen, irgendwie Mitarbeiter einstellen? So ganz am Anfang, wo muss ich da überhaupt anfangen? Eine Sache ist klar, falls jemand diese Gedanken auch als Makler hebt, habe ich eine gute Botschaft. Emolution Podcast, Folge 103. Heute wieder mit Wendelin und mir. Und ja, Wendelin, du hast ein paar Fragen und auch in eigener Sache so haben wir mal so im Vorhinein ein bisschen getalkt. Genau. Schieß doch mal los. Was interessiert dich denn so heute? Richtig. Heute interessiert mich das Thema Unternehmertum, weil wir als Agentur, wir sind ja jetzt keine Makler, aber wir sind eine Agentur, die am Wachsen ist und es ist ja auch personalintensives Geschäft und so. Und wir gehen gerade so den Schritt von, ja, auch alles selbst machen zu Mitarbeiter einstellen, Sachen abgeben, Prozesse, Systeme schaffen, die wahrscheinlich auch abweichend sind von dem, was ein Makler machen muss. Und die Frage, die ich heute an dich stellen will, die die Maklerkollegen da draußen bestimmt interessiert, was ist denn so beim Übergang von, wenn ich selbstständig bin und alles selbst gemacht habe, habe langsam so verstanden, wie das Maklergeschäft auch funktioniert oder habe mir einen funktionierenden Pipeline irgendwo aufgebaut. Wie kann ich da den Schritt gehen, Unternehmer, irgendwie Mitarbeiter einstellen, so ganz am Anfang, wo muss ich da überhaupt anfangen und wann ist der richtige Zeitpunkt, Mitarbeiter einzustellen? Du siehst, ich habe viele Fragen heute mitgebracht. Deswegen, wie kann denn ein Makler das jetzt anstellen, wenn er sagt, okay, es wird viel Arbeit, ich merke, da sind eine Menge Objekte, ich muss echt viel aufbereiten. Wie gehe ich dann da vor? Dann habe ich ja tausend Fragen. Okay, also da sind wirklich hintereinander tausend Fragen. Eine Sache, die muss man mal vom Grundsatz her verstehen. Der Aufbau eines Unternehmens ist im Prinzip immer gleich. Es ist völlig egal, welche Branche das ist, um damit mal direkt von vornherein anzufangen. Ja, ich merke es ja auch bei uns, du hast ja auch für uns immer Ratschläge und das kann man ja eins zu eins abmünzen jetzt, ob es ein Maklergeschäft ist oder ein anderes Geschäft. Unternehmertum, wie man das aufbaut, sind ja sehr viele Parallelen in allen Branchen. Genau. Also man muss zuallererst mal verstehen, was ist denn überhaupt so das Hauptding in einem Unternehmen. Also wenn man will, was ist der Hauptzweck neben natürlich der Dienstleistungen, die man hat, der Zielgruppe, was ja klar ist. Das muss ja erstmal, ob eine Bäckerei oder eine Metzgerei oder eine Versicherungsagentur oder eine Social Media Agentur oder ein Immobilienmakler, das ist ja mal Grundlagenarbeit. Aber der Hauptzweck ist, dass ein Unternehmen wachsen, blühen und gedeihen kann. Also wenn du so willst, Expansion. Wachstum ist das Hauptding. Und nicht festhalten, klein bleiben oder vielleicht sogar kaputt schlagen oder Mitarbeiter einstellen und dann feststellen, ich habe keinen Bock auf Mitarbeiter, weil die machen ja nicht das, was ich will. Das ist ja letztendlich immer ein Zeichen dafür, dass ich selber überhaupt nicht verstanden habe, wie es geht. Genau, weil das ist auch interessant, bevor wir vielleicht reingehen in dieser Schritt, weil viele sagen ja auch, nein, ich finde das in Ordnung, wenn ich hier mal ein paar Objekte habe. Aber du hast schon mal gesagt, das habe ich auch in einem Seminar von dir aufgeschnappt, Wachstum ist eigentlich die einzige Option, wenn man dann selbstständig ist und viel hat. Warum ist das die einzige Option? Warum kann man nicht sagen, ja, ich bleibe dann jetzt hier so ein bisschen klein und mache so hier mein Geschäft? Warum ist Wachstum eigentlich die einzige Option? Weil das das Leben ist. Das Leben ist wachsen. Alles wächst. Die Jahreszeiten, wenn man sich das mal anschaut. Wir haben ja Jahreszeiten und das ist eigentlich ein ganz geiles Beispiel. Die Jahreszeiten, wenn wir beim Winter anfangen, Winter, da ist alles kaputt, wenn man so will. Dann kommt das Frühjahr, da fängt an, alles langsam wieder zu wachsen. Dann kommt der Sommer, dann blüht alles und dann geht es in den Herbst rein, dann geht es wieder weg. Das ist so ein permanentes im Prinzip Erschaffen, also Wachsen und dann auch wieder geht es wieder weg und dann kommt es wieder und so weiter. Und so ist es im Endeffekt in einem Unternehmen auch. Das heißt, oder im Leben. Kleine Kinder, die fangen an zu krabbeln, am Krabbeln kommt es laufen und so weiter. Und bei einem Unternehmen ist das genau dasselbe. Das heißt, ich habe immer natürlich gewisse Zyklen und hier ist eine ganz entscheidende Sache. Viele, das ist ein Sabotageprogramm. Das ist nichts anderes als ein Sabotageprogramm oder ich blockiere mich zu wachsen, weil ich denke, ich kann das nicht. Und wir Menschen hassen eben Dinge, die wir nicht können. Wir mögen das einfach nicht. Also ist die Frage, wie kann ich das denn erlernen? Also wie kann ich da hinkommen? Fähigkeiten erwerben, Wissen und so weiter. Das ist die erste wichtige Grundlage. Okay, also sagst du, diese Blockaden lösen oder dass sie gar nicht erst sind durch die Fähigkeiten, die man hat erlernt? Genau. Das Allerwichtigste ist zu verstehen, die Nummer eins in jedem Unternehmen ist Personal. Das ist das Allerwichtigste. Personal. Ich brauche helfende Hände. Das heißt ja nicht umsonst Mitarbeiter. Jemand, der mitarbeitet. Das ist das Ding. Mitarbeiter. Ich brauche Menschen, die mithelfen. Weil ansonsten komme ich doch aus diesem Auf und Ab gar nicht raus. Wie soll denn das funktionieren? Wenn wir uns das ganz einfach an der Pipeline in jedem Unternehmen, machen wir das mal bei Dienstleistung, festmachen. Ich mache Werbung und ich bekomme Menschen rein, die Interesse an meiner Dienstleistung haben. So, dann konvertiere ich sie in einen zahlenden Kunden. Dann gebe ich ein Versprechen ab, eine Leistung zu erbringen. Beim Makler ist das Leads, Einkauf, also Bewertung. Ich hole den Auftrag rein und dann muss ich es verkaufen, also die Leistung erbringen. Je mehr Leads ich doch bekomme, umso mehr Termine habe ich doch. Ganz einfache Rechnung, wenn ich fünf EK1 Termine die Woche hätte, was ja nicht viel ist, aber nimm mal an, die hätte ich. Plus, ich mache fünf Bewertungen. Dann habe ich ja schon zehn Termine. Weil eine Bewertung dauert ja mal mindestens, wenn nicht noch viel länger, wenn man es richtig macht, wie ein EK1. So, und dann habe ich im besten Fall auch in der gleichen Woche noch fünf EK2 Termine. Okay, das funktioniert nicht. Immer, weil natürlich mal so Donnerstag und Freitag vielleicht eher die Woche drauf ist. Spielt aber im Endeffekt keine Rolle. Ja, es geht nur, um es zu veranschaulichen. Ganz schnell 15 Termine. Jetzt erklär mir doch mal bitte, ist eine rhetorische Frage, jetzt erklär mir doch mal bitte, wie will denn das einer alleine, wenn er das richtig ans Fahren bringen will, wie will er das denn alleine machen? Das heißt, die Engpässe verschieben sich im Prinzip. Erst ist das Problem, wie komme ich an genug Leads? Wenn ich das geschafft habe, dann wie komme ich an genug Aufträge? Das heißt, ich muss die reinholen. So, wenn ich die aber jetzt da liegen habe, dann heißt das doch automatisch, hey, wie kriege ich jetzt die Objekte verkauft? Ja, richtig. Wenn das vernünftig gemacht wurde, dann musst du ja, dann wirst du spätestens an dem Punkt verrückt werden, die Objekte aufzubereiten. Unterlagen beschaffen, gute Exposés. Und jetzt kommt schon der Hauptfehler. Anstatt jetzt Leute einzustellen, also mal ein paar Objekte zu verkaufen, um Geld zu machen, ist klar. Und dann Leute einzustellen, was machen die Leute? Sie fangen an, Zeit zu sparen. Kannst du das genauer erklären? Genau. Also das heißt, sie gehen hin und nehmen wichtige Arbeit weg. Sie lassen wichtige Arbeit, elementare Arbeitsschritte einfach weg. Sie verkürzen die Bewertung, sie verkürzen den Zeitraum der Objektvorbereitung, starten mit einem Objekt, wo nicht alle Unterlagen da sind. Also sie fangen an, an der Qualität ihrer Arbeit zu sparen, weil sie ja die Zeit nicht dazu haben, das richtig gut zu machen. Ja, und dann ist die logische Lösung, die man sich in dem Moment selbst holt, ja, ich spare Zeit, indem ich hier mal da was kürze. Genau. Und die eigentliche Ursache dafür ist, dass der eigene Rechner, also nehmen wir an, wir alle sind ein Hochleistungsrechner. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, die einen haben vielleicht einen alten 486er Rechner. Und zwar liegt das daran, dass natürlich aufgrund ihrer Erfahrungen, Erlebnisse im Leben und so weiter, der eine sich größer, der andere sich ein bisschen kleiner fühlt. Und jetzt kommen entweder richtige Berechnungen raus, so hat der Motto, ey, ich hab scheiße viel Arbeit, ich muss Leute einstellen. Oder aber, da kommt raus, für Leute hab ich ja gar kein Geld und ich weiß ja gar nicht, ich hab auch gar keinen Bock auf Mitarbeiter, also fangen sie an, an der Qualität zu sparen. Und das ist halt einfach nicht vernünftig. Also, wenn man das mal mit dem Taschenrechner vergleicht, ist der Taschenrechner nicht voll in Funktion. Von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und der 0, fehlt halt vielleicht 1, 2, 3 Tasten und dadurch kommt immer eine falsche Berechnung raus. Der Engpass, der verschiebt sich aber von eben Akquise zum Einkauf, vom Einkauf zum Verkauf. Und da ist dann, da entsteht dann der Super-GAU. Die Objekte bleiben liegen, werden von links nach rechts geschoben, Wartelisten, Wartezeit kommt auf, die Leute müssen warten, die Objekte gehen zu Spend online und so weiter und so fort. Und dann auf einmal wimmelt es nur so vor Fehlern und Bugs, also Bugs, Bug ist ja ein Fehler im System, wimmelt es nur so von Bugs. Weil ich glaube, das ist ein guter Punkt, ich glaube, hier können sich sehr viele mit identifizieren, weil man, wenn man anfängt, den Weg geht, vielleicht nicht direkt jemanden an der Hand hat, der das schon mal gemacht hat und dann befindet man sich schon in dieser Situation. Ja, klar. Aber wenn man sich gar nicht erst in dieser Situation befinden soll, wenn man den Podcast hier zum Beispiel hört und schon ein Makler ist im Aufbau, wie komme ich denn gar nicht erst in diese Situation, du hast es vorhin eigentlich schon mal gesagt, aber um es auf den Punkt zu kommen, wie komme ich gar nicht erst in diese Situation, dass dieser Engpass im Verkauf so krass entsteht, dass ich dann hinten raus als One-Man-Show da Sachen liegen lasse und es mir um die Ohren fliegt. Genau, also zuallererst einmal, ich beobachte das ja auch bei uns im Coaching, das heißt zuallererst einmal, wenn du einmal verstanden hast, wie das System, Akquise, Einkauf, Verkauf, richtig aufgesetzt wird und zwar vom System selbst und der Ausführung in Sachen Qualität, dann ist ja eine Sache vorherbestimmt. Du machst Umsatz, du verdienst Geld, dann darfst du halt an der Stelle einen Fehler nicht machen, dass du halt dann versuchst, diese Pipeline durch vielleicht auch Gier, indem du sagst, ich will Geld nur für mich selber haben, ich will mir Polster aufbauen und so weiter, das funktioniert halt nicht, weil du musst halt sehr schnell den ersten Mitarbeiter einstellen. Und das ist schlauerweise jemand, der der administrative Arbeit, also Arbeit, die viel Zeit in Anspruch nimmt, wie zum Beispiel eine Vertriebsassistenz, die Objekte vernünftig aufbereiten kann, Unterlagen beschaffen kann, Unterlagen aufbereitet, die Sachen ins CRM eingibt, Exposés erstellt, also all das, was wirklich dem Makler viel Zeit wegnimmt. Okay, also Aufgaben, die viel Zeit, würdest du sagen, eine Vertriebsassistenz ist in den meisten Fällen dann ein erster Mitarbeiter, der kommen sollte? Auf jeden Fall. Also eine Vertriebsassistenz macht super viel Sinn. Oder alternativ im ersten Schritt generell eine Assistenz, die dem Makler oder der Maklerin erstmal alles das, was drumherum an Arbeit ansteht, Botengänge, auch wenn man jetzt zum Beispiel Single wäre, dass man sagt, ich habe jemanden, der für mich einkaufen geht, der für mich das Autowaschen geht, tanken geht, die Buchhaltung macht. Also wirklich so eine persönliche Assistenz, die einem den Rücken frei hält mit all den Sachen, die sozusagen mir kein Geld bringen. Verstehe. Also ich bin ja der Moneymaker in der Company. Und wenn ich der Moneymaker bin, dann muss ich auch die Dinge tun, die Money machen. Genau, die MMRs, Moneymaker Activities oder E- Umsatzproduzierende Aktivitäten, UPAs. Genau. Das ist das, wo ich ja am besten eingesetzt bin, weil ich bin ja die teuerste Kraft im Unternehmen. Also die wertvollste, wenn du so willst. Und dieses Wertvoll, das muss man wirklich verstehen. Und du musst die Mitarbeiter darauf, im wahrsten Sinne des Wortes, trimmen, dir auch die Power zu geben. Aber da setzen ja unsere Blockaden oft an. Ich kann es vielleicht mal von mir erzählen. Das war so, dann hat man so eine Aufgabe, die man abgeben will und hat die vorher immer gemacht und denkt, ich will ja jetzt den Mitarbeitern nicht in Anführungsstrichen die Drecksarbeit geben. Und denkt, ja, wie fühlt er sich dann oder so? Was sind diese Blockaden oder wie kommt man? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele diese Blockaden haben. Wie kommt man dahin, die zu lösen und sagen, ja gut, eigentlich ist das ja Arbeit, die gemacht werden muss und ich habe andere Aufgaben zu tun, dann kann ich die eigentlich delegieren. Aber dieses, das Checken, wie checkt man das? Also erstens ist es nicht das Thema, dass die Leute denken, dass sie da irgendjemandem einen Job gibt, wo der keinen Bock drauf hat. Das ist überhaupt nicht das Ding. Sondern das Hauptproblem ist bei einem selber. Bei einem selber zu sagen, ich will keine, ich will oder ich kann das nicht. Ich will nicht oder ich kann. Also wollen kommt vor können. Ich muss ja erstmal wollen, um dann zu können. Und dieses Konzept, was man sich selber zurecht baut, ist halt ein unklares Konzept darüber, wie man eine Firma aufbaut. Und vor allen Dingen einer maßlosen, maßlose Selbstüberschätzung der eigenen Ressourcen und der eigenen Möglichkeiten. Und da kommt das Thema Zeit. Wenn du alleine arbeitest, hast du acht bis zehn Stunden. Von diesen acht bis zehn Stunden, die Rechnung kann ja jeder mal ganz einfach aufmachen. Er geht mal hin und sagt, okay, ich rechne mal, wie viele Stunden arbeitest du pro Tag? Dann rechnest du das hoch auf die Woche. Also sagen wir mal, acht mal fünf wären 40. Aber die Einzelkämpfer, die arbeiten keine 40 Stunden. Die arbeiten ja viel mehr. Das muss man ja ganz klar sagen. Mit Sicherheit. Die einfache Rechnung, also Stunden pro Tag mal die Woche und dann mal auf die Wochen im Jahr hochzurechnen. Also wenn wir von 52 Wochen ausgehen und zwei Wochen Urlaub abziehen, wobei ja die meisten Einzelkämpfer sogar Arbeit mit in den Urlaub nehmen. Aber tun wir mal so, ziehen die mal ab. Vielleicht noch mal eine Woche, wo man so viel gearbeitet hat und deshalb krank wird, nochmal zwei Wochen runter. So vier Wochen weg haben wir 48 Wochen. Richtig. So 48 Wochen, vielleicht noch eine Woche oder meinetwegen auch noch mal zwei Wochen extra für irgendwelche Feiertage in der Woche, bla bla bla. Also irgendwo so, was weiß ich, 46, 48 Wochen im Jahr und rechne das mal hoch bei, was weiß ich, 60 Stunden die Woche, worauf du da wirklich kommst. Und dann gehst du mal hin und schaust, wie viele Objekte hast du denn tatsächlich verkauft. Und wenn ein Objekt wirklich richtig smart und gut gemacht wird, kommst du da vielleicht auf 30 Stunden insgesamt. Ganz genau. Und ich rede von prozessorientiert, sauber systematisch aufbereitet, inklusive Besichtigungstermine. Hast du 30 Stunden. Bis das dann komplett eingenagelt ist. Meinetwegen 40. Und das hältst du mal gegeneinander. Und dann guckst du mal, was machst du denn eigentlich in dem Rest der Zeit? Blödsinn. Das sind halt keine umsatzproduzierenden Tätigkeiten. Und diese Arbeit zu delegieren an jemanden, und es gibt ja Menschen, die haben da Spaß dran, einem zuzuarbeiten, Büroarbeit zu machen, Bürokräfte zu sein, Vertriebsassistenz zu sein. Was auch immer. Der Punkt ist, Personal ist der wichtigste Punkt. Warum? Weil es eine Ressource ist. Personal bringt Zeit. Und ich kaufe mir Zeit in meiner Firma. Wenn ich also alleine 8 Stunden arbeite, und wenn wir mal ganz ehrlich sind, es arbeitet keine 8 Stunden am Tag effektiv. Das ist doch totaler Bullshit und Irrsinn, was die Leute da draußen erzählen. Wenn die mal auf 5 Stunden, 4 bis 5 Stunden effektiv kommen, dann können wirklich alle da draußen Hurra schreien. Das ist schon ein Jackpot. Also das ist schon ein Jackpot. Und alles andere ist eine Lüge. Also kaufe ich mir Zeit. Wenn ich mir jetzt mal 10 Mitarbeiter rechne in meiner Company, mal 8 Stunden, dann sind 80 Stunden. Also das heißt, ich alleine mache 8 und das sind 80 Stunden bei 10 Leuten. Also 80 Stunden. Jetzt muss ich die natürlich ein bisschen in Bewegung bringen. Das kann man bei uns lernen, wie das geht. Weil du musst halt wissen, jeder muss wissen, was ist sein Arbeitsergebnis, was ist seine Rolle, was tut er in der Rolle. Klar, das ist ein bisschen Arbeit, aber das ist eine neue Challenge. Was ja auch wieder persönliches Wachstum bedeutet. Persönliche Weiterentwicklung. Nicht nur sich selber in Bewegung zu bringen, sondern auch andere in Bewegung zu bringen. Ist eine ganz geile Challenge. Ist eine Nuss, die muss man knacken. Keine Frage. Nur wenn man sie knackt und ich habe gestern noch in einem Live-Call meinen Unternehmerkunden die Frage gestellt oder beziehungsweise die Challenge ausgerufen, lasst uns doch mal die Challenge ausrufen, ein Unternehmen zu kreieren, wo keiner mit keinem sprechen muss. Das ist jetzt sehr gewagt, aber das ist eigentlich das Hauptproblem, weil es wird viel zu viel gequatscht, viel zu viel geredet, um zu erklären, wie was funktioniert. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest ein Unternehmen, wo jeder genau weiß, was er zu tun hat. Und jeder kennt seinen Arbeitsplatz genau und kennt seine Rolle ganz genau und kennt das Arbeitsergebnis ganz genau. Und er wurde ausgebildet, das auch zu tun. Warum muss ich denn da noch mit einem sprechen? Ja, das ist, aber nur für die Leute da draußen, die jetzt denken, oh, dann baut man eine Roboterfirma auf. Nein, nein, darum geht es nicht. Es geht nicht, sondern es geht ja darum, den Leuten auch genügend Freiheit zu lassen, auch kreativ zu sein und coole Sachen zu machen. Aber das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, ich will das jetzt nicht abwertend sagen, aber es ist ein bisschen was für die Versteher jetzt gerade an der Stelle. Es geht wirklich um die Tatsache, Zeit mit Personal zu erkaufen und dann dafür zu sorgen, dass die Kommunikationslinien nicht dafür sorgen, dass viel mehr Kommunikation entsteht, weil jeder mit jedem irgendwie quatschen muss und jeder mit jedem sich irgendwie abstimmen muss, sondern ein System zu erschaffen, was man bei uns im Coaching bekommt, ein System zu erschaffen, also zu kreieren, was so funktioniert, dass jeder genau weiß, was er zu tun hat. Weil dann muss man nicht mehr viel kommunizieren und hat viel mehr Zeit, die Erfolge zu feiern. Das ist eigentlich das Ding, worum es geht. Weil du hast jetzt auch, du hast gerade eben von zehn Mitarbeitern geredet, 80 Stunden dann, aber das ist ja so groß, wenn man jetzt gerade auch am Anfang die ersten Schritte macht, wir haben von der Vertriebsassistenz geredet und von den Blockaden, die man hat. Das heißt, ich habe eine Vertriebsassistenz, stelle die ein, gehe dann weiter. Wie sind dann meine nächsten Schritte? Dann merke ich ja irgendwo vielleicht, okay, da läuft ein Prozess nicht rund. Wie gehe ich damit um, wenn dann mal irgendwie ein Mitarbeiter sich beschwert oder da zu viel Arbeit auftritt oder der gar keine Ahnung hat, was er machen muss? Wie gehe ich damit um? Genau. Also der wichtigste Punkt ist, dass man versteht, engpassbezogen zu arbeiten. Also der Engpass ist, wenn ich Akquise, Einkauf und Verkauf rundlaufen habe und stelle jetzt Vertriebsassistenz ein, dann wird es ja im nächsten Schritt zum Engpass werden, Besichtigungen durchzuführen, die Closings zu machen, zum Notar zu gehen. Also ich muss das Thema Verkauf, weil das ist der eigentliche Hebel, der Haupthebel, ist natürlich der Verkauf im Sinne, weil da wird ja finales Geld verdient. Richtig. Also da wird finales Geld verdient, weil ohne Notartermine gibt es keine Rechnungen beim Makler. Also muss ich den Bereich sehr, sehr zeitnah und zackig, sauber, ordentlich strukturieren. Okay. Das Coole, die Coole Botschaft beim Verkauf ist, den kann ich am einfachsten strukturieren, weil jeder Handgriff im Prinzip vorbestimmt ist und auch klar ist, glasklar, jedenfalls bei uns. Ja und vor allem, wenn im Vorfeld die anderen beiden Kanäle richtig gelaufen sind. Genau, das ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich jetzt ein, zwei, drei eine Vertriebsassistenz habe und drei Verkäufer habe, das wäre jetzt mal so ein schon erstes Ideal, dann ist klar, dann wächst auch der Druck, sage ich mal, oder der Bock, dann musst du vorne auch mehr reinschieben, weil die müssen ja beschäftigt sein. Richtig. So und jetzt sagen vielleicht die anderen, ja wie mache ich, es ist überhaupt gar kein Problem, weil je mehr du verkaufst, umso mehr wirst du ja wieder bekannter, sichtbarer, ne, jeder Verkauf ist auch Einkauf beziehungsweise Akquise und du wirst automatisch mehr Objekte bekommen, weil du wirst schon alleine durch jeden Verkauf immer wieder neue Objekte reinbekommen, neue Aufträge bekommen. Also das heißt, das Ding fängt jetzt wirklich an wie ein Fließband rund zu laufen. Ja, Geld zieht Geld an in dem Moment. Das ist genau das Ding. Geld kommt zu Geld. Erfolg kommt zu Erfolg. Also das heißt, das macht kleine Kinder, das ist einfach so. Da kommen Babys raus und zwar ohne Ende. Und dann gibt es richtig Dampf von hinten sozusagen. Von hinten durch die Akquise. Jetzt kann endlich der Einkäufer sich auch vollends auf den Einkauf konzentrieren. Das ist ja die sexy Botschaft. Der kann sich voll und ganz auf den Einkauf konzentrieren. Und weil er sich voll und ganz auf den Einkauf konzentrieren kann, kriegen die Verkäufer viele Objekte rein. Das heißt, im Endeffekt mit dem gemachten Alleinauftrag, zack, geht das in die nächste Abteilung rein. Ich könnte jetzt sagen, wirklich wird da auf den Tisch gelegt. Und dann weiß die Vertriebsassistenz sofort, alles klar, feuerfrei, let's go. Okay, das ist schon mal ein guter Fahrplan. Und jetzt noch die Gegenfrage. Was ist denn eine Aufgabe, die ich vielleicht als Makler, wenn ich das Ganze aufgebaut habe, zuletzt abgeben sollte? Oder die am längsten noch auf meinen Schultern auch bleiben sollte, wenn ich noch auf dem Weg vom Selbstständigen zum Unternehmer bin, wo ich wirklich operativ auch drin sein sollte? Also viele denken tatsächlich, dass der Einkauf dieser Bereich ist, den sie als letztes weggeben. Das ist aber auch falsch. Warum? Weil ich beweise es ja jeden Tag durch mein System im Einkauf, was ich aufgebaut habe. Hunderte können das machen. Hunderte Makler können genau nach meinem Leitfaden Objekte reinholen. Also warum soll das denn beim Makler nicht funktionieren, dass er den Einkauf an jemanden delegiert? Das ist also Mumpitz. Also der letzte Part ist, ich nenne den mal die Macht zu wechseln. Also das heißt, die Geschäftsführung, also jemanden einzusetzen, der, wenn man selber da keine Lust mehr zu hat, im Prinzip das operative Geschäft komplett führt. Also man fängt also an, wirklich diese einzelnen Sachen wie Marketing, Werbung und Marketing, dann den Einkauf und dann den Verkauf. So, ich würde auf jeden Fall dafür sorgen, eine Assistenz, dann eine Vertriebsassistenz oder umgekehrt, ich würde wahrscheinlich sogar eher eine Vertriebsassistenz erstmal einsetzen. Ich bleibe im Einkauf, bis der Verkauf rund läuft. So, und dann vorne den Akquise- beziehungsweise Marketing-Teil. So, und dann würde ich mir aber schon jemanden holen bei mir, den ich auf das Thema Bewertung, Analyse und Bewertung setze, damit ich da nicht mehr so viel Arbeit habe. Ja, das würdest du trennen. Genau, also Zellteilung machen, Schritt für Schritt. Also die Jobs sozusagen immer genauer machen. Also nicht, einer macht zwei, drei Rollen. Am Anfang ist das logisch. Am Anfang macht eine Person mehr und dann immer weniger, also immer gezielter und konkreter. Und dann sorge ich dafür, immer mehr am Unternehmen zu arbeiten. Und das bleibt natürlich meine Aufgabe bis ins hohe Alter. Und die Zeit wird ja weniger, weil ich immer mehr mich darauf konzentrieren kann, die Prozesse, das System rundlaufen zu lassen. Und da würde ich auch überhaupt gar nicht so viel am Anfang direkt auf das Thema Digitalisierung und Prozessoptimierung, sondern erstmal, dass die Prozesse wirklich rundlaufen. Das sind ganz smarte, ganz einfache Prozesse. Viel in Ausbildung investieren der Leute, ganz wichtig. Und dann wirklich am Unternehmen und vor allen Dingen Kontrolle. Controlling und zwar gute Kontrolle. Es gibt ja gute und schlechte Kontrolle. Die gute Kontrolle sorgt dafür, dass etwas rund läuft und die schlechte blockiert, macht kaputt. Und die gute Kontrolle auszuüben, damit alle Leute wirklich im Plan bleiben und im Laufen bleiben und dann Schritt für Schritt aus diesem Fließband rauszugehen und das Unternehmen weiter zu expandieren. Und dann gibt es einen richtig coolen Groove. Ich finde, das hast du sehr gut zusammengefasst. Und du hast eine Sache gesagt, wo sich vielleicht viele noch die Frage stellen. Abschließend möchte ich dich das mal fragen. Warum hast du gesagt, am besten bis ins hohe Alter auch dann wirklich im Unternehmen und am Unternehmen arbeiten? Warum nicht einfach dann zurückziehen und einfach das machen lassen, da jemanden einstellen? Das muss ja jeder selber für sich entscheiden, ob er das will. Ich habe für mich einfach entschieden, ich möchte in meinem Leben kreieren und ich möchte was erschaffen. Das hört für mich auch nicht auf. Das hat für mich kein Enddatum. Ja, also das Thema von etwas entstehen lassen, wirklich etwas erschaffen, was vorher nicht da war. Genau, weil du ergründest ja auch neue Gebiete, neue Möglichkeiten und so weiter. Das muss aber, wie gesagt, jeder für sich selber entscheiden. Und ich glaube halt persönlich, Golfspiel ist halt auch irgendwann langweilig, wenn man nur Golf spielt oder irgendwas anderes an Hobbys macht. Und ich finde, das Unternehmerspiel ist ein cooles Spiel, ist ein sehr sexy Spiel. Das macht großen Spaß, mir jedenfalls. Und die Rolle verändert sich ja. Auch die kreierst du ja neu. Irgendwann bist du der Mentor oder bist dann der Coach im eigenen Unternehmen. Du hast wie bei uns zum Beispiel, du hast deine Familie auch mit an Bord. Das gelingt nicht immer. Bei uns gelingt es ganz gut. Und dann ziehst du dich natürlich aus diesem Hauptthema oder du hast halt den Bereich, der dir besonders viel Spaß macht, wie eben das Coachen an sich. So, das ist ja eine Rolle, die werde ich ja nicht aufhören, weil die mir ja besonderen Spaß macht. Und diesen Teil, den behalte ich ja bei. Also ich glaube, hier muss man mich schon raustragen aus dem Ding, um damit aufzuhören. Das heißt, Rollen verschieben sich und verändern sich. Aber auch das ist einfach, du bleibst im Kreieren. Du bleibst in dem Modus, die Dinge weiter zu erschaffen und hast natürlich dann deine Leute, die eben einfach auch in neue Rollen reinwachsen. Wachsen. Das ist ja der spannende Prozess. Wachsen. Das ist auch ein guter Bogen zum Anfang. Kreieren, wachsen, alles wächst. Und ich säg ja auch nicht den Ast ab, auf dem ich sitze. Ist ja auch blöd. Warum soll ich eine Gans schlachten, die goldene Eier legt? Ist ja auch bescheuert. Also das macht für mich einfach keinen Sinn. Und natürlich könnte man verkaufen irgendwann oder überlegen zu verkaufen. Sehe ich aber nicht. Aber eine Sache, vielleicht als letztes, auch beim Makler, ist, wenn man diese Ideen hegt, und ich glaube immer, jemand, der sagt, der will aussteigen, dann hat er so generell ein Problem auch mit Arbeit. Und ich habe kein Problem mit Arbeit. Hatte ich aber auch mal. Habe ich aber nicht mehr. Und wenn man das Problem nicht hat, dann denkt man auch nicht unbedingt irgendwie nach, irgendwas loszuwerden, wenn man damit ja kein Problem hat. Man will immer was loswerden, mit dem man ein Problem hat. Und wenn Liquidität, also wenn eine Firma läuft und sie wirft Geld ab und sie funktioniert und du kannst davon gut leben, warum sollen wir das jetzt schlachten? Aber eine Sache ist klar, falls jemand diese Gedanken auch als Makler hebt, habe ich eine gute Botschaft. Einen Job kannst du nicht verkaufen. Ein Unternehmen schon. Also baut Unternehmen auf, die kann man verkaufen. Und dann kannst du immer noch, dann hast du alle Optionen. Und ich möchte auch alle Optionen haben. Das ist eigentlich das Ding. Sehr gut gesagt. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.